Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Legenda of Akos Was macht das keine Mädchen von mir? Karpalo Was verkauft der heute? Ja, gut Okay. Okay. Ist das richtig? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Okay. Go. Okay. Okay. Oh, ho, ho. Okay. Oh, ho. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Geld, 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 Geld. müssen wir da Kappertoffer hier oben eine falsche Taste wartet, ich muss kurz einen Wegpunkt setzen was ist hier und neben ist hier verlorenes Item hier wo hier hier wir Das war's für heute. So... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.